Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Blackwater 1000 und na klar aufstehen von dem Schnurbelgiller Ja, tut mir leid, dass ich die erste Aufnahme verkackt habe, aber egal Aber wie als Failenden drin Easy Also keiner Band auf jeden Fall schon mal kennen wird Und ich kann eventuell auch alle Lanes spielen Ich vergehe jetzt all noch Nein, du gehst da nicht hin Doch Wir werden so verkacken, wenn du das machst Nein Ich werde den Jungle dominieren Wow Das will ich sehen Ist Quinn jetzt top oder? Ja Keine Ahnung Keine Ahnung Bitte Den Jungle Du musst hier unbedingt einen Gaming-Stuhl kaufen Schreib hier, nein, geht nicht! Wir nehmen gerade YouTube auf Vielleicht beim nächsten Mal, kann er dabei sein. Ja gut. Es wird er dich googeln, BlackAwait1000. Vielleicht abonniert er mich ja. Ich glaube ich nicht. Ich glaube ich auch nicht. Ich habe im Gegner Drangle ein Lee Sin. Nicht gut. Welch schreibe ich denn da, ey? Ja, dein... Deine... Deine Schrift ist das Beste. Jetzt kannst du der Welt zeigen, wie gut du mit Jinx bist. Wieso Jinx? Nur weil ich ein Tattoo habe, von der heißt er nie... Du hast sogar gar ein T-Shirt davon an, wenn du jetzt die Facecam anhättest. Habe ich aber noch nicht. Sonst kann ich einfach mal ein Bild in mein Video einblenden, dann muss ich nur ein Foto machen. Nein, ich mache jetzt Cam-Out. Hahahaha. Easy. Hm, vielleicht ruhig mit dem neuen Skin mal schauen. Für wem? Für mich. Ach so. Was für einen Skin willst du denn für dich? Weiß ich nicht. Den da. Kau... Kauf dir doch gleich noch ein Chroma-Pack dazu. Ein was für ein Ding? Ein Chroma-Pack. Was soll ich damit? Dann kannst du dich lila-blau machen. Ich bin aber lieber blau als lila. Hahahaha. Ja, okay. Okay. Warum nimmt der Tristana? Den Counter? Kann man so sagen, muss man aber nicht jetzt. Äh. Hast du eigentlich schon gehört, dass in der Pre-See, also in der nächsten Season bei uns verändert wird? Äh, haben wir ja nicht gestern schon drüber geredet? Haben wir. Ja. Hast du dich schon in neuen Patch-Notizen durchgelesen? Nö. Solltest du mal machen. Warum? Wer wurde gepatcht? Kindred. Hahahaha. Und du spielst sie jetzt. OP! Ich weiß nicht, ob man uns gerade hört. Ich glaub nicht. Hm, ich glaub auch nicht. Nö, ist aus. Ja, dann nimm, mach wieder an. Wie denn? Ich hab keine Zahl da stehen. Ja, warte kurz. Jetzt hab ich ne Zahl. Nicht? Wie hast du's gemacht? Einfach mal in ne Tasse gedrückt, wo ich auch... So, jetzt bin ich auch wieder da. Ja? Ja, jetzt muss ich auch schneiden, Alter. Äh, schneiden, das letzte, was ich da grad gelabert hab. Hahahaha. Easy. Dennis. Hm? Will ich dir meinen Skin leiten für sie? Hahahaha. 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 Der riecht immer so nach neu, ey. Wenn immer, wenn du in mein Zimmer reinkommst. Hahahaha. Hahahaha. Stuhl. Hahahaha. Hahahaha. Naja, wenn du in mein Zimmer kommst, riechst du im Moment Pizza. Hast du dich von gestern nicht weggepackt, oder was? Hahahaha. Nein, aber hier steht da der Pizza Karton. Hahahaha. Und er riecht immer noch lecker nach Thunfisch, bitte. Hahahaha. 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 Achja, und damit ihr na klar auch wisst, ich bin im Moment Silver 5, genauso wie der Schnuffel. Also... Es geht euch egal. Wie verkacken wollen. Also... Dieses... Dieses... wird's kein Gold. Nein. Dafür beginnt der Kampf in der nächsten Season. Ja, mal gucken. Dauert ja einmal wieder, bis die nächste anfängt. Ja. Vorher ziehst du ja noch um. Nächstes Jahr zieh ich dann auch um. Und da kann die anfangen, ne? Und dann kann's losgehen. Das ist nicht ganz schön. Hahahaha. Das ist einfach gut. Du kannst das nachher erzählen. Ja, du kannst das mal kurz ganz schön singen. Ja. finde ich auch ich hoffe mal lol ist gleich nicht so laut scheiße das wird bei mir gleich mega laut sein wegen dem patch ja das ist schon ordentlich neben mir geht's ich muss kurz pause machen also bei mir kann zum glück so bleiben so nehme ich wieder weiter auf wer sinkt denn hier ich hab schon halos alter hat einer ba 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 gemacht soll ich zuerst meinen drachen skillen oder meinen kuh du bist doch jeder op-jambler ich hoffe ich habe in dem teamfights keine fps einbrüche das hoffe ich auch ich habe nur 60 grad obwohl ich fast immer 200 250 ab oder so weil sonst müsste die aufnahme abbrechen so dennis und jetzt du ich hab nichts das ist ein fanatic ding da nein ich hab das nicht drin wie nicht drin nicht drin wohl auch noch extra reinmachen gott es geht nur wenn ich auch das bild drinnen habe das lass mal lieber draußen kann das auch dennis ich hab keine wird noch nichts alter warum greift mich das ding an ich muss jetzt zurück zur base lass mal leben holen ja klar dum 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 Na ja, zur Zeit geht, ne? Bleib 60. Bleib mir zur Zeit voll. Ja, aber freu dich erstmal auf die Teamfight. Dann ist das halt so. Wir sind keine Träume. Wir sind das Erwachen. Puste mal bitte nicht von dein Headset. Tut mir nicht leid. Wälde. Alles besteht fort. Liesin fast tot. Ja, ich bin auch gerade so kurz davor. Nr. 1. Ja, du hast doch den Kill. Nr. 2. Aber nur 2. Nr. 2. Ey, geil. Hilfkill. Tum da dum, dum da dum. Kindreds-Attacken verbrauchen nur so viel Mahnung. Friedlich gehen sie dahin. Und hungrig folgen wir. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt. Jene, die vor dem Tod davonrennen, haben im Leben stillgestanden. Da wollte er mich grappen. Dum 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 dum. Hier ist Backmine. Niemand kann sich verstecken. Die Sin kommt zu euch. Jaja, ich seh das gerade. Und das wird jetzt eng für mich. Das wird vielleicht eng für Alice. Ne, ich glaub ich nicht. Das wird eng für den Dicken hier. Oh, Dennis, vielleicht hättest du mal was sagen sollen. Ja. Dann wär sie vielleicht tot. Die wär dann tot. Jetzt ist Yasuo auch noch hier. Party auf der Wattlane. Party auf der Wattlane. Party auf der Wattlane. Party auf der Wattlane. Ich hab ja keinen Farm bekommen wegen dieser... ...Loop, Alter. Wie fühlt sich Hunger an? Immer während. Ich will ja nicht zurück. Ah, schade. Geh weg da, geh weg da, geh weg da, geh weg da. Das ist ein Frustraler kommt. Ja, ich bin schon. Wir werden uns alle kennen. Irgendwann. Schade, schade, schade. Ich wollte mich nicht hinterherflashen. Schade, schade, schade. Ich wollte mich jetzt nicht hinterherflashen. Ne, dann wärst du tot gewesen. Ja. Ich kann aber versuchen gut zu bleiben. Ich brauch sie nur mit meinen W zu treffen. aber Scherz geht weg, scherz geht auch mal weg immer schön Last Hits machen Hhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jetzt hab ich den Großen nicht bekommen aber Es ist auch nicht so ganz ... ganz gut Nur weil die ganz genau wusste, dass ich da hingehe, um den Stack zu machen. Ja, warum gehst du denn da auch hin? Weil ich den Stack haben wollte. Ja, warte doch erstmal ein bisschen. Der hat einfach sein Ulti gemacht. Einfach so. Ich kann da auch mein Wort hinstellen, ey. Ich bin nicht von Lee Sin überrascht. Lee ist Mitte. Guck mal, ich war noch nicht einmal weg, Alter. Ist klar. Welcher Typ ist denn das, Alter? Der geht aber nicht zu uns, du. Ich glaube, jetzt soll ich mal langsam zurückgehen. Ach, du bist auch da. Ja. Schade. Nur wegen der Lantern. Die wollten mit dem Stack klauen. Wer? Tristana. Da hat er gesagt, die Karpuka essen. Hat's aber nicht geschafft. Kann mich Alice da nicht mal ein bisschen hier. Doch, eigentlich kann er. So, sorry. Da ist auf Ausversehen meine Aufnahme einmal abgeschmiert. Und überall wo das Lamme hingeht. Nein, des Königs. Der nasa geht einer zu seinem Red Buff. Ist der da? Ja, weil er da ist. Ja, der kommt auch noch runter. Und überall wo das Lamme hinging und und getroffen und nicht getroffen es ist voll geil ich hab fast 3000 gold das war ein nice save von mir gangbling hat ks oha oh ja noch 12 minuten 80er farm zu haben ist doch eigentlich nicht schlecht ja ich glaube du musst das game of carrying weil mitte jazoo steht 0 1 0 wenn ich jetzt zurück gehe und wieder zurückkomme dann kloppe ich die zu klein holt ich hab dreieinhalb ich frage mich wie sie mich sehen Asche auf Wolle so von mir aus können wir rauf wir sind keine träume wir sind das erwachen Dennis nach kurz wird er wird er nebengegrappt das hat ristana 64 ok jetzt hab ich auch level up wo wow FPS Einsturz ich geh mal kurz gucken ob der den blue hat fast 4000 gold fast 4000 gold krasse kacke ey krasse kacke ey frügel wie schärg kusati wird er kusat einer nicht es Supernotter bald habe ich es so weit runter dass nur noch mein Ulti fliegen muss ich habe sie noch in den Tod gezogen oh wenn ich jetzt zurückkomme dann gibt es hier richtig was auf die Mutz da kommt es kein tower drum willst du einer wenn du läufst? ich glaube nicht da macht einer was du nudel hält doch du nudel wenn er shoot ist dann macht er jetzt noch Schild aber ja was passiert nice easy das war gesniped guck mal ein item an alles was ich gekauft habe ich geh gerade mal einen davon wir müssen mal schneller an den Tower ran pushen das ist kein Problem wir sind auch schon da sie werden uns alle kennen na die Runde läuft doch mal gut eigentlich zur Zeit ja die Starne hat eine 79er Farm und das Gangpnaht wie denn das Gangpnaht wenn ich wüsste wieviel Schaden sie macht Da ist genau nämlich die Anzeige von der SPS-Zahl Gangplank hat ein 4-0 Geht doch noch Gereckt Das war Lee Sin, Alter Shit happens Mehr Luck kann man gar nicht haben, ey Aber okay Warum bandt ihr auch nicht Gangplank? Könnten wir aber noch da oben, könnte das eigentlich noch gut machen Ich weiß auch nicht warum sie Quinn spielt Ja, das kann ich nicht auch Sie ist zwar ein Tankbrecher, aber Sie ist zwar ein Tankbrecher, aber Sie ist in den Gangplank Nicht wirklich Und dann auch noch sie als First Pick zu picken Wenn alle in der Mitte sind, ey Dann pushen wir mal Mit der Mitte wird's gerade kompensiert und verkehlt Ich bin jetzt weg Hier, bitte weiter zurück Oh, FPS ist ein frische Unende gerade Siehst du wie Lee Sin babysittert hier unten leider Mach deine Ulti Egal, ich hab da noch einen in den Tod gerissen Das passt schon Zack Nummer 1 ist da Ja, dann postiere dich da schon mal Aber Quinn hat einen gut ordentlichen Farm Oh, Gangplanker war noch besser Du musst halt mal da oben vor den Stellen, Mensch Ja, ist egal Hast du alles ready Stell dir noch deinen Smile Ja Wenn du Smile liegen bist Ich treffe dir natürlich, ne? Oh, Gangplank macht so viel Scharen, ey Ja Das wird ein hartes Match Den kriegt die doch nicht getankt Hm? Den kriegt die doch gar nicht getankt Wir sind keine Träume Wir sind das Erwachen Ja Täusch ist hier unten Jetzt wird Mitte gepusht Die ist zu langsam Ich will doch jetzt nicht mit Tristan aufhalten, oder? Das würde ich nach hinten fahren. Hinter euch kommt... Ich habe mich zwar erst mit meiner Ulti saven können, aber bei die dann nicht mehr. Einer von der nicht mehr top. Geht der echt weg ey, was ist das so einer? Ja. Es ist doch lustig gegen ihn zu fighten. Oh oh. Schastel, schastel, schastel. Jene, die vor dem Tod davonrennen, haben im Leben still gestanden. So, eine Lane haben wir schon mal auf der Base. Wir haben eigentlich das bessere Team. Oh, eigentlich auch. Headshot. Und überall wo das Lamm hinging... Ähm... Wirklich Barrel... Und... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich hole mir mal eben meinen sechsten Stack ab. ... Das war ein Crit. Tut mir leid. Sechster Stack. Ich bin gefeedet. Ich bin gefeedet. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe mir das alte Jungle Item gekauft. Welches hast du denn? Ich hab mir ausgedrückt. Ich hab mir das mit dem gelben Stein geholt. Oh, das ist auch was Feines. Ja, gib mir Angrisse-Tempo. Ja, ist doch gut mit Kenrit. Ja, aber eigentlich brauche ich DeWower. Normalerweise. Ach so, das ist DeWower. Das ist nur... Ah. Das haben wir doch alles geändert. Ich bin dumm. Das ist, wenn ich die Stacks voll hab. Tch. Ich habe mich schon gewundert. Warum ich auf einmal Geld hab. Ich hasse es. Oha. Quinn, ne? Quinn läuft einfach davon weg. Warum hilft die denn nicht? Und will ihn. Ich nix verstehe entur. Mach Drake. Ich muss irgendwie was kaufen. Aber ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Deniz. Deniz. Dein Ernst. Ich wurde aus meiner Urge aufgehauen. Da gehen welche drauf. Nein, doch nicht. Was macht Binder. Was machen die? Was macht Binder? Warum greift die mich einfach an? Oh, Kinn ist OP. Egal. Dich krieg ich noch, du Bastard. Eigentlich müsste ich das jetzt auch rauspiepen. Egal. Das macht doch. Ich weiß nicht wie das geht. Muss einfach ein Piepton reinsetzen. Ich muss mich einfach anziehen. Oh, so schnell bin ich doch gar nicht. Ich muss mich einfach an den Toplane fahren. Und dann kann ich mich einfach anziehen. Wenn ihr die Bot haltet, können wir hier rumpuschen. Egal, erster Top Tower ist weg. Ja, macht doch, pusht komplett durch, bis zum Ende hin, du. Der einzige wahre Tod ist nie gelebt zu haben. Egal, der Top Tower hat nur noch Half-Life. Wies? Hm? Dann hätte ich die gleich kaputt machen können. Das Problem ist, ich denke, der macht mich kritikriti. Ich kaufe nochmal schnell Schuhe. 320 Schaden. 211 macht Tristana. Ich glaube, die denken, wir machen... Bitte! Ustana kommt hoch. Ich bin eh tot. Ich bin grad schön am Einkaufen. Wo ist die denn? Da ist sie ja! Und tot ist sie. Schau! Wenn die wirklich durch black and down sind. Tja weh! Gangen haben wir eigentlich gewonnen. Ich muss nur auf Gangplank aufpassen. Wenn die das hinten gehen, Alter. müssen die eigentlich du musst meiden geh lieber jetzt da weg du bist derjenige der den Baron als ich bin dort weiss du wie schnell ich da weg war man der so Tristana schieß schneller und die lau-ma-schweißer schießt ok ich mach kurz Ari noch kalt wenn die nicht wieder abfaut Juhu, ich hab jetzt double ward. Nein, 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 nein. weggegriffen naja Tristana wo rennt Tristana hin? wo rennt die hin? hmmm lauf doch hin da das wird kalt gut die Schelen gehöppelt die geh dahin ich geh auch, du gehst hier unten lang Pfeil ich geh weg nach ok ohhhhhh auch daneben geschossen ein Tristana und dann musst du fortlane fahren ok mach ich das ist ich die Ich glaube wir sollten so ein bisschen Distanz gehen, wo Gengi kommt, und schüss. Ich liebe dieses schnelle Wegporten, ey. Das ist ein Weißeron, perfekt. Wir pushen die Bossen da hin. Oh, Trostana, das ist gar nichts mehr, ey. 3-8-11. Ich geh durch die Mitte. Entschuldigung, gleich noch. Wie fühlt sich Hunger an? Immer während. Der spielt bei mir da nur rum, oder? Nein, durch dieses scheiß Herz konnte ich mir ne Ultimis machen. Lass dich mal drauf. Ich hab einfach einen Gangplank hochgegeben. Ja, einen Crash. Ich hab auch einen Rollstuhl. Ich hab mich nicht mehr auf den Weg gebeten, aber ich habe ihn mit einem Schuss geschickt. Ich hab mich nicht mehr auf den Weg gebeten. Easy win! Nein! Damit haben wir das Rank gewonnen! Juuu! Ein Wunder ist geschehen! Wir gewinnen mal wieder was! Ja! Ich würd dann sagen, das war's für heute mit LOL! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Haut rein! Tschau! Tschau!